Ich bin durch meine Familie zum Velo-Fahren gekommen und zum anderen durch die Gippinger Rad-Sport-Tage, welche jährlich bei mir zu Hause stattfinden und ich von klein auf mitverfolgt habe. Und ja, meine Eltern waren beide Rad-Profis und mein Grossvater auch. Von daher war es klar, dass ich auch Rad-Profi möchte werden. Ich weiss, was ich will. Ich bin zielorientiert, diszipliniert und gebe alles, um meine grossen Ziele zu erreichen. Der Unterschied zwischen mir und anderen ist, dass ich auf verschiedenen Disziplinen unterwegs und erfolgreich bin. Sei es auf der Bahn, auf der Strasse, im Radquer oder im Mountainbike. Meine grössten Erfolge im Jahr 2022 waren der Junioren-Weltmeistertitel auf dem Radquer, den Europameistertitel auf der Strasse, den Vize-Weltmeistertitel im Mountainbike und die vier Schweizer Meistertitel. Die Schweizer Sporthilfe ist eine riesige Unterstützung in meiner sportlichen Karriere. Zusätzlich motiviert es mich sehr, meine grossen Ziele zu erreichen. Die Nomination zum Sporthilfenachwuchspreis ist mir eine riesige Ehre und spart mir zusätzlich sehr an. Wolltet doch jetzt alle für mich. Ich würde mich mega freuen, den Sporthilfenachwuchspreis 2022 zu gewinnen. Sporthilfenachwuchspreis Sporthilfenachwuchs Sporthilfenachwuchs Sporthilfenachwuchs